Hey Leute, hier ist Aldemar mit dem wunderschönen Gothic. Weiter geht's. So, ich habe jetzt mal eine Karte aufgemacht für die Steintafeln. Und sammeln die jetzt mal auf, die ja irgendwo da näher rumliegen. Also hier im Wald ist fast gar nichts. Also jetzt genau da, wo ich bin, nicht. Habe ich die noch nicht gekillt? Da kommen ja mal ein Kleiner oder zwei. Ja, die baggen immer so ein bisschen. So, wir haben immer noch kein Level gemacht. Blutfliegelein, wo habe ich dich denn getötet? Da bist du doch. So, also wir haben eine Steintafel unten bei den Banditen, glaube ich. Ich bin, warte mal, da. Ich bin da. Da gibt's 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Okay, wir gucken mal. Also da Richtung Schatten... Schattenläufer, super Idee. Also dauert es noch ein bisschen, bevor wir zurückgehen. Wir wollen mal den Steintafeln ein bisschen daherjagen. Eigentlich brauchen wir ja nur die Einser, aber... Wir haben ja schon hier. Hier sind irgendwie 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ein paar davon kriegen wir jetzt direkt noch nicht. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Lass ab, Wärter, Schattenläufer. Sei nicht zu. Ich kann hier hochlaufen. Seit wann denn das? Das gibt's doch nicht. Lässt der denn gar nicht ab? Jetzt hat er abgelassen. Jetzt sucht er sich neue Beute. Wo geht der hin? Ich lade nochmal. Der hat ein Spin-Me-Around-Problem. Hätte ich doch vorbeischleichen sollen. Das sind halt Mana-Tränke hier. Es ist genau auf der Höhe von Onashof. Quasi um Onashof. Aber oh, warte mal. Das ist doch voll gefährlich da. Also es ist quasi nördlich von Onashof. Also genau auf der Seite, wo wir sind. Nur ein bisschen jetzt in diese Richtung. Schlaf, Kindchen, schlaf. Die Mutter ist ein Schaf. Der Vater ist im Pommeland. Und Pommeland ist abgebrannt. Schlaf, Kindchen, schlaf. Ich hol mir bald dein Fell. Dann kommst du an die Wand. Und dein Horn, das geb ich. Jemandem, dem ich das geb muss, falls du querst, er ist. Und dann kommt das auch an die Wand. Ende. So, weiter geht's. Ha! Ich hätte nicht schleichen müssen. Ich bin der Beste. Das Ding ist mit den Steintafeln. Die sind super relevant zum Leveln. Wenn man den nicht nimmt, hat man Probleme. Und so Suchdinger sind immer zum Kotzen. Tatsächlich. Ich hasse das. Egal welches Spiel. Ein Keiler. Den kriegen wir ja wohl tot. Das sind zwei Keiler. Okay, nevermind. Kann es sein, dass die anderen Steintafeln alle in so einem Dungeon sind. Hier gibt es nämlich so einen kleinen Dungeon. Wird bloß da, wo ihr seid. Ähm, kann es sein, dass die Keiler mich jetzt angreifen wollen? Komm, stirb doch jetzt. Oh, eine Heilpflanze. Sehr gut. Heilkraut. Nicht beide, nicht beide. Okay, ist nur einer. Ja, und nur ein Fleisch. Komm, dann nehmen wir doch einen so Overkill-Heiltrank, ja? Also es ist halt ein ganz großer. Es gibt ja normalerweise... Ne, warte mal, dazwischen gibt es, glaube ich, gar nichts, oder? Doch, eigentlich schon, oder? Ach, egal. Kaffeebanka! Ist noch einiges Wald, aber ich habe jetzt keine Lust, die ganze Zeit auf meinen Rücken aufzupassen. Okay, hier, hier müsste das irgendwo sein. Das ist die verbrannte Mühle. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Ja, Gott sei Dank. Stehe ich vor, du wohnst irgendwo, wo es solche Dinger gibt? Das gibt es doch nicht. So, äh, keine Ahnung. Wir gucken jetzt mal hier. Ach, das sind Feldräuber. Das gibt es doch nicht. Oh, Mist. Ich muss eigentlich mal kleine Halttränke bunkern und so. Aber ich kann doch jetzt nicht. Zwölf. Oh, fühlst du super. Lecker, lecker. Erstmal noch ein bisschen Wurst, was soll's. Lecker, lecker, lecker. So, speichern. Lecker, 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 lecker. So, drei Stück Feldräuber. Seht ihr denn? Das sind Schafe. Machen denn hier die kleinen Schafe? Warum sind die hier so solo? Hä, ist hier noch ein Schafhirte? Warte, guck mal, wie viele Schafe hier sind. Was ist denn hier los? Hier ist doch der Friedhof genau. Ach, das ist hinter dem Hof schon. Warte, aber... Ja, aber... Egal. Gehen wir mal da rein. Das ist eine Sichel. Oh, Gott sei Dank, eine Sichel. Oh. Hups. Ne, ist gar nichts. Ja, nichts. Ist hier, ja, nichts. Kann auch sein, dass die alle nur in dem Friedhof sind. Oder da runter, oder... Ähm... Was ist das da? Da war auch noch mal einer. Warte mal. Also in dieser Kapelle, die ihr eben gesehen habt. Da kann man runter. Das ist ein Feldräuber. Puh. Okay. Oder war das hier? Nein, das war die Krypta. Ach, ich dachte, da gab's... Gab's nur eine. Ja, super, ne? So, und... Und hier kann man Knopf drücken, genau. Und dann, äh... Gehen wir da aber nicht rein. Ende. Natürlich sind hier Blutfliegen. In diesem netten, nebeligen Wald. Oh, guck mal. Lederbeutel, ein Bogen. Björn, weiter aufs Ziel zu. Weiter aufs Ziel zu. Kairo, Sekündchen noch. Oh, rostiges Schmerz. Äh, Hodges. Alles wird gut. Heilpflanze. Äh, Michael, ich ruhe mich nur kurz was aus. Das sind Developern, ne? Oder, äh, von Joke. Berühmte letzte Worte. Weiter aufs Ziel zu. Eine Sekunde noch. Was haltet ihr davon? Können tatsächlich alles letzte Worte sein. Hm, was haltet ihr davon? Stecken immer Pfeile drin. Äh, Mihai. Ja, komm doch hier rein, wenn du willst. Mir doch egal. Uwe, welcher Level bist du denn mit deinem Paladin? Äh. Warte mal, das kann ich gerade nicht. Oh doch, kann nicht. This is all fake. Believe me. Na, wir wollen nicht so nah ran. Das muss ich mir mal merken. Das muss ich mir mal merken. Was ist die hier? Nein! Snöck. Oh, guck mal. Ein Schalter. Genau so. Äh, Nico.de. Hello World. Nico.de sagt mir irgendwas. Äh, Onkel Kronkel. Zum Schluss fand er den Skorpionenmann. Sascha. Der Spieler weiß gar nicht, warum er da hingehen soll. Developer. Super, okay. Feldknöterich. Ich wollte das nicht sagen, ein kummiger Name. Ist doch der Björn. Björn! Sonst ist ja aber nix. Ich... Uah, Gott. Schreck mich doch nicht so. Sollte mal abspeichern. Ist jetzt ein bisschen kritisch, aber egal. Jetzt wissen wir wieder, wo das war. Okay, gut. Ne, da gehen wir jetzt mal nicht hin. Hier gehen wir mal gucken. Das sieht doch nett aus hier. Das ist die Krypta des Großbauern. Wahrscheinlich so eine eigene hat er schon mal gebaut. So, gehen wir hier nochmal gucken. So, gehen wir hier nochmal gucken. So, hier haben wir eine alte Steintafel. Ich speichere mal ab, ne? Ich dachte, das wäre... Ich habe das total... Irgendwie durcheinander gemacht. So, nehmen wir mit. So, oh ja, ähm... Noch ein Lederbeutel. Mann, wie viel Lederbeutel haben wir denn hier? So. Ja, das ist, glaube ich, in der... In der großen Krypte sind die zwei Steintafeln. Aber da sind noch mehr. Da sind aber die Goblins. Das ist für Stärke. Und dann haben wir noch eins für Armbrust. Hat mich den Armbrust schon aufgehoben? Das sind zwei, ja. Steintafeln für Magie. Bogenschießen. Die alten Steintafeln. Die bringen irgendwie... Wie viel hast du? 30 Münzen? So, da müsste... Gehen wir mal gucken, ob wir die Goblins klein kriegen, oder? Wir gehen erst mal schlafen. Soll ich die Lederbeutel mal aufmachen? Ich glaube, ihr seid bestimmt ziemlich angepisst. Äh... Apfel-Tamak zweimal. Bla, bla, bla. So, hat sie. Da unten. Lederbeutel mit voller Münzen. 50. Und ein Lederbeutel mit ein paar Münzen. Das war's. Okay. Ach. Das kann ich nicht lesen. Ich wollte gerade sagen, warum konnte er das auf einmal lesen? Ja, kann er ja gar nicht. Die seltenste Rätselslösung. Okay, wahrscheinlich zwei Steintafeln in der Krypta oder dahinter. Dann, äh, einer, wo wir die Goblins gerade gehört haben. Dann ist das durch. Und die alte Steintafel haben wir ja. Dann legen wir uns jetzt mal gerade pennen. Und dann gucken wir mal, ob wir diese Zweier-Steintafel da finden. Und dann sind da noch mehr bei den Banditen oben. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Was ist los? Und unten und da hinten. Da kommen wir später hin. Da kommen wir später hin. Und dann gehen wir mal zurück. Ah, da sind wir noch hin. Und wenn er sich so aufregt. Am See. Oben bei Seekop. Äh, nicht bei Seekop. Bei Benga. Böböböb. 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 Das kann jetzt aber auch bei oben beim Bauern sein. Ich weiß nicht. Wir gehen mal gucken. Oh, auf die Insel müssen wir auch mal. Aber die Zweier kann ich alle nicht lesen. Das ist jetzt auch nur ein Zweier hier oben irgendwo. Aber, äh, macht ja nichts. Wir müssen ihn sowieso hier ein bisschen was töten. Darum ist ein Wicht. Irrwicht, oh Gott. Das ist so ein Leuchnerblödsack. Ja, endlich. Ich wollte gerade nämlich meckern. Nichts zu holen. Ja, ich weiß ja nicht. Ich sollte jetzt die Magier mal abbreiten. Ich meine, ähm, auch so nicht machen. Ach, das ist der Hügel. Genau. Und dann müsste es irgendwo hier sein. Ah, eine Höhle. Oh ja, lass mich raten. Hm, sind das die, die ich eben gehört habe? Das ist aber blöd. Dann ist das bei dem Irrwicht wahrscheinlich. Okay, Nevermind. Wir gehen erstmal. Nein, es kommt! Ja! Stirb, du blödes Leuchttemberg. Ich weiß gar nicht, was man damit machen kann. Ob ich, äh, hätte ich damit warten müssen? Feldknöterig. Das hat mich direkt zum Anhalten bewegt. Ach, da hinten ist ein Lagerfeuer. Meine Güte, was ist denn hier los? Wenn da fatherin ist, Oh. 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 Was zur Hölle? Daran kann ich mich nicht erinnern. Was ist hier los? Oh yeah. Oh yeah. Bare Münze, meine Freunde. Bare Münze. Und ein Schattenläuferfeld. 100 Geldmünzen. Oder 50, weiß ich nicht mehr. Ich glaube 100. Oh, guck mal hier. Dann ist doch die Steintafel irgendwo hier wahrscheinlich. Was ist das? Sorcery. Sorcery. Unter jemand? Ich meine, es ist so typisch Gostik, ne? Leere Zeltlager ohne irgendwas. Warte, ich speichere lieber ab, bevor ich jetzt hier nochmal sterbe oder so. oder Kontakt mit einem Schattenläufer bekomme. Also die Goblins. Kann auch sein, dass die Goblins... Bei den Goblins eine ganz andere Steintafel ist. Vielleicht liegt doch was oben drauf. Ach, ich kann mich auch vertan haben. Das, äh... Okay, ich hab... Okay, okay. Oh, hier ist eine andere. Okay, dann ist die... Okay, alles klar. Dann müssen wir wohl die zwei anliegen. Gut, dann haben wir das hier abgecheckt. Ist okay, ihr könnt wieder zurückgehen. Ihr braucht ein bisschen mehr Magnesium für eure Knochen. Oh. Ah. Nevermind. Grobes Bastardschwert. Trank. Trank. Spruchrolle. Feuernessel. Grobe Dingens-Axt. Dingens-Kort. Feuernessel. Feuernessel. Sehr gut. Spruchrolle. Lederbeutel. Und Lederbeutel. Meine Güte. Schon wieder ein Secret gefunden. Das ist doch gut. Das ist schon wieder. Ich will nicht wissen, wie viel ich vorbeigelatscht bin. Die alle kennen. Außer ich. Dann machen wir die Lederbeutel mal auf. Wir haben 450 Münzen. Jetzt haben wir noch reicher. Okay, dann haben wir die auch. Sind die Beutel mit den Äpfeln jetzt so? Und immer noch eben noch hier oben. Ja, das ist das Lager. Da links. Ah. Ah. Butterfleisch. Das wahre Fleisch. Denn nur Butterfleisch ist gutes Fleisch. Butterfleisch. Gut. Gut, gut. Dann gehen wir jetzt mal kurz. Ja, bei diesem Durchgang waren wir. Da haben wir die Dinger schon gefunden. Aber davor liegt wohl auch noch was. Wir gehen mal gucken gerade. Ah, ich glaube, die habe ich gefunden. Das ist hinter dieser Öle von den Feldräubern. Ich sage immer, da. Aber ihr seht die Karte ja nicht. Das ist immer lustig. Das mache ich immer so. Vielleicht zeige drauf. Da. Genau da müssen wir hin. Wo? Da. Seht ihr das nicht? Oh Mann. Seid ihr blind? So. Warte, nochmal abspeichern. Man weiß ja nie. Und ich sage immer, nehmt nicht nur ein Savegame. Aber ein bisschen den Rand abgrasen ist immer gut. Wenn ihr was finden wollt, grast immer die Ränder ab. So, wir könnten ja dieses Vieh, was da hinten ist, hier hin holen. Ach, das sind Wölfe. Ne. Auch in einem Mal. Ich habe jetzt halt keine Lust, zehn Tonnen Fleisch zu fressen. Um dann irgendwie, ja. Boah, ist mich erschrocken. Ach, guck mal. Siehst du, ich habe noch einen Lederbeutel übersehen. Und da zählt sich ja so einiges. So, sonst hier nix. Gut. Noch einen Lederbeutel. Ich meine, ja, wenn ich nicht so viele Lederbeutel auf der Karte verteilen würde, hätte der Spieler vielleicht noch nicht so viel Kohle. Aber das ist ja auch gar nicht die Haupteinnahmequelle. Es ist halt super für den Anfang. So, gucken wir mal. Kann auch natürlich oben liegen. Kann auch alles in der Höhle gelegen haben. Oder hier. Das kann auch sein, dass wir es aufgesammelt haben. Hier ist nischt. Da ist nischt. Hier endet eine Straße an der Felswand. Und ich glaube, auf dem Weg lag hier noch irgendwas. Oder bei den Lurkern. Oder. Oder. Nee, links da ist nix. Da ist nur ein Ding, ein Stein. Und hier drin war nix mehr, ne? Nur noch so wie so ein Staubsauger. So ein bisschen überprüfen muss sein. Das ist fein. So, wer auch immer die Folgen am Stück kommt, weiß ja, ne? Wundert sich, warum geht der jetzt da wieder hin? Aber es liegt ja mal Zeit zwischen der Folge und mir quasi. Pfeile. Sehr gut. Mehr Pfeile. Siehst du, wieder was gefunden? Es ist immer gut, nochmal irgendwo hinzugehen. Die leuchten ja immer so schön. Schön. Ist da irgendwas oben drauf gewesen? Das weiß ich ja nicht. Warte, da kommt man gut hoch gerade. So. Aha. Nächste, noch eine Heilpflanze. Dankeschön. Ganz schön groß die Höhle eigentlich, ne? Egal. Dann haben wir das jetzt erstmal abgehakt. Dann lassen wir das jetzt erstmal. So, dann geht's jetzt zurück. Wir müssen zu Taverne. An dem See wollen wir jetzt nichts machen. Wir können noch die Monster klatschen auf dem Weg zu Taverne. So, Greg. Ja, haben wir alles gemacht. Grekelboy. Gut. Weißt du, in deinem Steinkreis, da ist ja gar nichts und nicht mehr dahin gelatscht. Also, die meisten alten Steintafeln findet man da, wo der Typ meint, er wurde überfallen. Ja? Da ungefähr. Und da sind überall noch Banditen und da müssen wir halt auch noch gucken. Ich bin ganz deiner Meinung. Ich auch. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist wirklich nicht mein Problem. Da ist ein Keiler rechts von uns. Ne, ne, machen wir jetzt nicht. Da sind aber gleich... Das gibt's doch nicht. Nein, ich bin die ganze Zeit nicht gestorben und jetzt... Nein, ich hab Gothic-Staaten gedrückt. Nein, ich verfluche dich, Gothic. Ich seh doch nicht, wo der blöde Cursor ist. Oder... Das kann jetzt dauern. Wir können auch von vorne anfangen. Mir ist das egal. Nicht. Das Problem ist jetzt, dass ich erst wieder zurück kann. Kapitel 1. Nee. Oh nein. Nein. Oh, da bin ich. Das gibt's doch nicht. Näh. Oh Gott, hier bin ich. Gut, jetzt können wir noch den Beutel holen. Na gut, Leute, passt auf. Bessere Idee. Wir hören jetzt hier auf. Ich geh den Beutel und noch holen, den wir bei dem Durchgang gefunden haben. und dann laufe ich zur Taverne und wenn ich bei der Taverne bin, dann sehen wir uns wieder, würde ich sagen. Oder? Gute Idee. Bis dahin, wie immer. Haut rein. bis bald. Bis bald hin, ibhã수� bis bald hin, auf geht'sshoreta, Hop Колle hin. Bye. Bis bald hin. Tschau. Untertitelung des ZDF, 2020